Wir sind hier in der Bildernis von Frankreich. Böste. Zwei wilde S-Works-Wing-Get bei der Parkung. Bitte schaut's. Grüß euch, ich bin der Böste. Grüß euch, ich bin der Möpsi. Wir zwei Österreicher haben die Ehre, unser erster Tour de France zu bestreiten. Und zwar für das Profi-Team Borra Hans Grohe. Ja, also am Samstag geht's los für uns. Und wir versuchen euch da mit ein bisschen einem Videotagebuch hinter die Kulissen blicken zu lassen. Ja genau, wir haben die Idee im Vorfeld schon ein bisschen vertieft. Es wird hoffentlich eher eine lustige Partie, es wird nicht so seriös sein. Aber wir versuchen natürlich den Fun, den wir während dem Rennen haben oder während der Reise ein bisschen zu dokumentieren. Ja, da wünschen wir euch schon viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, lasst uns ein bisschen Feedback da. Natürlich werden die Videos nicht ganz so professionell sein, wenn wir es ja eher lustig haben bei uns zu zweit. Aber ja, viel Spaß und wir sehen uns. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Vielen Dank.